auch heute haben wir wieder gecampt und jenny packt die letzten überbleibsel von uns so und jetzt wird erst mal schön gefrühstückt auf dem jakobsweg sind bildende hunde und geheimnisvolle früchte komplett normal nach einem geschmackstest hat sich herausgestellt dass es sich hier um eine unreife kaki handelt hier sehen wir jenny bei dem was sie am schlechtesten kann auf essen warten jenny bei dem was sie am besten kann so wir sind jetzt hier so ein bisschen neben bambuswäldern und dem meer da ganz hinten vielleicht sieht man das und spazieren hier so ein bisschen lang Basti ist ein bisschen lahm das geht immer ein bisschen hinter mir der braucht noch ein bisschen aber das ist okay wir haben spaß immer wenn es dunkler wird dann wird jenny schneller noch ungefähr zehn minuten bis zum camp werden wir es lebendig hier rausschaffen um uns herum dschungel niemand außer uns ist hier draußen unterwegs wir sind auf uns alleine gesteckt wo ich höre die zivilisation wir sind dann zum glück noch gut am campingplatz angekommen und jetzt gibt es erstmal ein bisschen werbung so kommen wir zu meinem letzten produkt das ist unfassbar klasse und zwar ist dieses boot das nicht nur hammer geil aussieht hammer geil schmeckt sondern auch noch nutzbar ist auf dem wasser also man kann damit auch boot fahren das ist unfassbar klasse und normalerweise würdet ihr 1000 euro dafür bezahlen ja 1000 euro aber mit einem rabattcode spart ihr 70 prozent und zahlt einfach nur 300 euro ist das nicht klasse also schnell hoch swipen und kaufen ey schnell los fertig viel spaß damit haben wir können jetzt jetzt Untertitelung des ZDF, 2020